Wir plündern das Dorf! Hahaha! 32 oder was weiß ich angekommen. Weiß ich nicht genau. Also jetzt von Folgen an zahltechnisch. War ich nicht irgendwo noch ein Feld? War hier wirklich nur ein Feld im Dorf? Ich meine, so ein Feld rechnet nicht mehr für mich alleine und sind hier zu 10 gefühlt im Dorf. Hm. Egal, letztes Mal waren wir gerade dabei, ein Schwein zu suchen. So. Wir haben uns mittlerweile ganz schön weit von unserem Zuhause entfernt, nur um Schweine zu suchen. Oh, Lava! Mami! Hm. Dann gucken wir doch mal. Nee, da ist Dschungel. Das sieht man schon so leicht im Vollbild bestimmt und HD und... Schieß mich tot. Ich will doch nur ein Schwein finden. Ja! Schwein! Schwein! Ein Zettel! Ah! Oh! Was? Der bewegt dich! Ich kann den nicht steuern, aber bewegt dich! Ah! Na gut, eigentlich ist es jetzt nicht so spektakulär und ich hab mal wieder ein bisschen übertrieben. Ja. Nein. Wenn der Schwein sich umguckt, guck ich mich auch um. Ich wege gerade nicht die Maus. Hier, ich kann es sogar beweisen. Nicht. Juhu, ich reite! Stirrer. Oh. Lol. Moment. Wupp! Wuhu! Yeah! Wuhu! Hey! Geht doch! Wuhu! Oh, lol! Dann brennt was! Willst du das jetzt zurückkriegen? Nö, natürlich nicht. Aber scheiße! Dann brennt was! Scheiße, scheiße! Scheiße, 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 scheiße! Ich will hier halt kein Waldpfand machen. Ja. Nein! Bühnchen! Oh Gott! Ich will hier mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich will hier mal ein bisschen vorsichtig sein. Ja, super! So, da noch eins. Und dann... Ja, okay. Ist das gleich. Aber schon wieder keine Nahrung. Was ist denn hier los in letzter Zeit? Das liegt, glaube ich, wirklich daran, dass er auf Part spielt. Man reicht, man fällt gar nicht mehr aus. Dann brauche ich mal Melonen-Samen. Und ich glaube, das Stichwort Melonen-Samen hat mich auf eine Idee gebracht. Und die hat hundertprozentig nichts Höhlengang zu tun. Hm. Was ich eigentlich schon machen wollte, und das wollte ich auch schon vor zehn Folgen machen. Ähm. In einem Nether-Portal war ich und dafür brauche ich Diamanten und Diamanten, finde ich einfach nicht. Und Stripmine will ich dafür nicht. Ich meine, klar, so könnte ich die ganz einfach finden, aber... Ich möchte hier nicht Stripmine im Let's Play. Weil ich denke, das ist doch schon relativ langweilig. Oder? Hm. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr Stripmine langweilig fändet. Also ich finde es zumindest im Let's Play fänd ich. Ich persönlich ist langweilig. Aber naja. So. Wo ist Bello? Da ist Bello, ja, da ist er ja. Oh. Hat er da die ganze Zeit auf uns gewartet? Ja, das ist ein feiner Hund. Der wird ganz, ganz fein. Das ist ja irgendwo ein Ei. Ja, da ist schon ein Ei. Hier noch Eier. Eier, Eier, Eier. Wir brauchen Eier. Eier. So. Keine Eier mehr übrig. Moment, aber die, die ich jetzt schon eingezahmt habe, die kann ich ja... Die, die ich jetzt schon eingezahmt habe, die kann ich ja schon erwärfen. Und die ist die Wahrheit. So, ich glaube, meine Steaks sind jetzt fertig gebacken. Oder wie auch immer man das nennen will. Chicken! Kann ich sogar ein bisschen Fleisch hier lassen. Und das ganze Weizen kann ich jetzt mal für... Meine lieben kleinen Kühe verwenden. Ach, hier ist ja auch noch ganz, ganz viel Knochen. Und das hier... Nice, 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 nice. Dem weiß ich jetzt schon mal gleich, was ich machen werde. Ich werde mich ein paar Knochen nehmen und ein bisschen... Mein Feld bewirtschaften! So, ich nehme mir am besten auch noch ein paar Samen mit. So, die Hälfte der Knochen müsste reichen. So. No. Boah jetzt ein paar Chickenlen栏, ne? Das wäre jetzt... Ach, das wäre jetzt wirklich geil. Oder Chicken mit Nuggets. Das wäre richtig, richtig außen jetzt. Oh, jetzt hab ich voll Hunger! Menno. So, das war richtig, richtig viel Bomidigmachen. Bäm. Da, 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 da. Da, da. Da, 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 da. Da, da, da. So, ich bin der Farmer. Bin geboren auf dem Land. Und mein Kühe. Gleich wird das Feld nice ausziehen. Ausziehen. Oder ausziehen. Wegen Seed und Samen. So. Fangen wir mal hier an. Hier ist ja ganz wenig. Jetzt steigern wir uns immer mehr. So, alles weg. 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 Abgefreakte Scheiße hier. Ich hab das Gefühl, dass es laggt. Aber auch. Obwohl ich 35 Frames habe. Und zwar konstant. Konstant. Die Konstanze. Da ist auch noch eins gewachsen. Bäm. Jetzt einfach nur alles hier neu pflanzen. Dann, 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 dann. Aber wie. Aber ist das voll das komische Gefühl, wenn man die ganze Zeit hier so den hier macht. So. Ich weiß nicht. Kommt mir so vor. Bäm. Ich bin mir ganz schwindelig von. Bäm. Also, ich hab auf jeden Fall einen Stack voll. Das ist schon mal ganz geil. Kann ich wenigstens hier mal meine ganzen Tiere ernähren in meinem Bauernhof. Die haben ja auch schon seit, ja seit Wochen schon nichts mehr gegessen. Müssen die eigentlich verhungern. So. Ach, ich krieg die Weizen da gar nicht mehr rein. Muss ich schon die zweite Kiste für benutzen. So. Und jetzt werden erstmal Tiere gefüttert. Nom, 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 nom. Wupp. Oh. Hab die Kuh getroffen. Hm. Du liebe Muku und du liebe Muku. Und. Diese liebe Muku und diese liebe Muku. Und dann noch. Ja. Diese folgen eigentlich auch die Kleintiere. Ich meine, die können doch noch gar nicht. Nee, wisst du was. Ich meine. So. Das Schaf. Äh. Huhn meine ich natürlich. Und das Huhn. Das Schaf und das Schaf. Und was da rauskommt. Rot und Grün. Rot und Grün. Grün. So. Und jetzt weiß und rot. So. Weiß und Rot hab ich gesehen. Was kommt da raus? Rot. So. Huhn. 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 Chicken. 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 Ah man. Da. Das schafft es noch gar nicht. Ich fütter jetzt einfach mal ein paar. So rein und dann geht das. Ja, lass dich durch. Da. 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 Ach, für alle, die es uns noch gar nicht wissen, äh, ihr kennt doch bestimmt das Lied Und, äh, und der Sänger davon ist ja Mr. Trollaloll und der ist leider letztens verstorben. So, Eduard oder Eduard Key, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, ist leider tot. Und wahrscheinlich ist er, äh, gar nicht tot, sondern würden es nur alle trollen. Wobei das schon echt hartes Trollen wäre. Okay. What to do next... Next Generation Drogen. Äh, nicht Drogen, Konsolen. Aber kommt ja fast das gleiche bei raus, ne? So, ähm... Puh, Bello, was sollen wir tun? Ich will da aber nicht lang. Hm. Hm, wir könnten in ne Höhle gehen. Ja, in ne Höhle, da waren wir ja noch niemals drin, äh. Jetzt nehmen wir noch ein paar Extra-Steaks mit dazu. Was soll... Was soll... Ich nehm einfach all mein Essen jetzt mit. Jetzt reicht's mir. Was soll's denn? Was soll denn der Geiz? Hals. Ich bin ja auch so ein kleiner Geiz. Geiz? Hals. Aber na ja. Muss ja keiner wissen. Ich will ja mein letztes nur meine positiven Charaktereigenschaften widerspiegeln. Zum Beispiel, dass ich scheiße bin. Moment. So. Workbench wird auch noch mitgenommen. Einfach, weil man's kann. Und jetzt, äh, wird noch gerade kurz was erledigt. Oh. Und zwar brauche ich dafür Holz. Na gut, mehr Holz. Äh, da. Das sollte reichen. Nicht ganz. Jetzt reicht es. Hell yeah! Los geht's! So. Boote bauen. Leicht gemacht. Mach ich auch mal zum Tutorial zu, wie man sich ein Boot baut. In Minecraft. Oder echt. Hat Gott auch gemacht für, äh, hier an Noah. Ja. Ihr habt's verstanden. Die Musik soll ein bisschen freaky sein. Und jetzt wieder zu Entspannung führen. Entspannung pur. So, wo geht's denn jetzt hin? Und wieso habe ich auf einmal so eine tiefe Stimme? Weiß ich nicht. Ho, 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 ho ist und das ist wahrscheinlich schon vor einer stunde aufgefallen und zwar hört ihr mich nur die ganze zeit auf einem ohr weil das irgendwie scheiße ist manchmal ist es bei audacity wenn ich damit aufnehme dann hört man mich nur auf einem ohr also nicht nur auf der einen seite auf ich weiß nicht woran ist aber irgendwie ist das scheiße ich versuche das mal zu ändern so dass ihr das im schlussendlichen video auf beiden ja eines also das andere ohr dann nicht ganz so vernachlässigt ich hoffe es sonst hätte mich jetzt die ganze zeit auf einem ohr auf naja ist minder gut bello schluss mich doch nicht bam 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 hier geht es runter ich könnte jetzt eigentlich auch mal die playlist anmachen aber ich könnte jetzt ja auch kurzen cut machen was denke ich auch ganz legitim ist so ich gehe mal noch ein bisschen hoch ich gehe ein bisschen hoch ich gehe ein bisschen hoch habe ich gesagt ja so ich hoffe es euch gefallen und man sieht sich auch beim nächsten mal wenn es heißt ich gehe mal rein 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 rein Bis zum nächsten Mal.